Hallo und herzlich willkommen hier... Kleinen Moment. Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem etwas anderen Video und es geht, ihr seht es schon, um Tank-Seitendeckel-Sets. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sie schon sehnsüchtig vermisst haben, ihr wisst es ja vielleicht, momentan werden sie gar nicht hergestellt, also sie gibt es gar nicht auf dem Markt, aber man munkelt ja, dass sie in naher Zukunft wieder zu kaufen sind. Wann genau, das weiß natürlich niemand, aber bis es soweit ist, haben wir euch hier schon mal die ersten Teile gesichert und was machen wir jetzt damit? Na ist doch ganz klar, diese Sets hier, die werden verlost. Und zwar an euch, denn es wird einfach mal Zeit, Dankeschön zu sagen, danke an euch, danke fürs Feedback, fürs Einschalten, fürs Liken und vor allem auch fürs Kommentieren, das ist ganz besonders wichtig. Ich empfehle sowieso jedem, der unsere Videos schaut, auch mal in die Kommentare zu gucken, denn da sind zum Teil wirklich gute Ergänzungen von euch oder aber schöne eigene Erfahrungen zum Basteln. Und in diesem Sinne wird es wie gesagt einfach mal Zeit, euch als treuen Zuschauer und euch als treue Kommentierer was zurückzugeben. Deshalb werden diese Sets verlost und wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Insgesamt gibt es also zehn von diesen Sets hier zu gewinnen und die ersten vier Sets, die werden bereits nächsten Mittwoch, den 17. Mai verlost und zwar unter allen Kommentaren, die bis dahin unter dieses Video hier eingegangen sind. Danach, nochmal zwei Wochen später, also den 31. Mai, werden nochmals fünf weitere Sets verlost und zwar unter allen Kommentaren, jetzt aufgepasst, der Videos, die bis dorthin veröffentlicht wurden. Das heißt also, alle Videos ab dem heutigen Tage bis zum 31. Mai sind diese Videos, unter denen kommentiert werden kann und von diesen gesamten Kommentaren suchen wir uns dann nochmal fünf weitere raus, die was gewonnen haben. Wer jetzt mitgezählt hat, wird festgestellt haben, das sind insgesamt neun grüne Sets, unter denen es übrigens auch Enduro-Varianten gibt. Und jetzt fragt ihr euch, wo ist dieses mysteriöse zehnte Set? Das zeige ich euch mal kurz. Das ist hier diese Stickerbomb und die wird nochmal in einem separaten Video verlost. Mit der haben wir nämlich nochmal was ganz besonderes vor. Und bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, was ist jetzt mit den Leuten, die gar keine S51 fahren? Naja, ihr wisst ja, die Teile gehen gerade weg wie warme Semmeln, sie sind noch nicht auf dem Markt. Das heißt also, verkauft sie bei Ebay und von dem Erlös könnt ihr euch dann drei Schwalbe-Tanks kaufen oder einen Habicht-Tank oder was auch immer. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen und wir sehen uns in einer der nächsten Videos wieder. Viel Erfolg allen Teilnehmern. Bis dahin macht's gut. Ciao. 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 Ciao.